Gleichberechtigung bezeichnet die Gleichheit verschiedener Rechtssubjekte in einem bestimmten Rechtssystem. Grundlagen Die Gleichberechtigung ist in den Ideen von Humanismus und Aufklärung verwurzelt und Wesenskern der Menschenwürde. Sie war als Gleichberechtigung der sozialen Stände im Staat neben Freiheit und Brüderlichkeit eine Forderung der französischen Revolution. Die im Jahr 1789 formulierte Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte gilt dabei als Grundlagentextur a. für die Rechtsgleichheit. Die Erklärung schloss allerdings Frauen nicht mit ein. Olympe de Gouches forderte daher 1791 die volle rechtliche, politische und soziale Gleichberechtigung aller Geschlechter mit ihrer Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin ein. Erst im 20. Jahrhundert folgte in Europa die Gleichberechtigung der Frau im Staat, die sich an der Einführung des Frauenwahlrechts nachzeichnen lässt. In Folge wurden auch bedeutende Gleichberechtigungen für zahlreiche soziale Minderheiten entwickelt. Basis der Gleichberechtigung ist heute weltweit der Gleichheitssatz der UN-Menschenrechte-Konvention. Gleiches Recht für alle ist damit ein grundlegendes Menschenrecht, das mit Freiheit und Würde auf einer Ebene steht. Unbenommen davon können Rechte entzogen werden oder beispielsweise während der Kindheit Sonderregelungen unterliegen. Dies entspricht dem erweiterten Grundsatz gleiches gleich, ungleiches ungleich zu behandeln. Vor allem in der westlichen Welt gibt es starke Tendenzen zur Gleichberechtigung. Dies ist nicht zuletzt der Aufklärungswelle des 18. bis 20. Jahrhunderts zu verdanken. Eingriffe in die Gleichberechtigung werden als Diskriminierung bzw. Privilegierung bezeichnet. Diskriminierung Jemand wird wegen sachlich nicht gerechtfertigter Gründe, beispielsweise rassistisch oder wegen seines Geschlechts etc. Privilegierung Jemand wird rechtlich bevorzugt. Beides gilt als Eingriff in den Grundsatz der Gleichberechtigung. Vielfach wird Gleichberechtigung mit Gleichheit und Gleichstellung gleichgesetzt bzw. verwechselt. Nach Verfassung und Menschenrechten bedeutet Gleichberechtigung jedoch nicht, dass alle oder gewisse Menschen faktisch gleichgemacht, gleichgestellt werden sollen. Kritiker der Gleichstellungspolitik sehen darin einen Konflikt mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau würde mit Gleichstellung im oben erwähnten Sinn verwechselt. Nationales Um die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg politisch neu aufzubauen, wurde 1948 der Parlamentarische Rat einberufen, um ein neues Grundgesetz auszuarbeiten. Die Formulierung des Art 3 HBS 2 GGI Männer und Frauen sind gleichberechtigt geht auf Initiative Elisabeth Selberts zurück, eine der vier sogenannten Mütter des Grundgesetzes. Die ursprüngliche Formulierung, noch aus der Weimarer Verfassung stammend, lautete, Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Selberts forderte jedoch einen Grundsatz, der Gleichberechtigung als Grundrecht in der Verfassung verankern sollte. Dies hatte zur Folge, dass viele der damaligen, noch aus dem Jahr 1896 stammenden, Ehe- und familienrechtlichen Bestimmungen im bürgerlichen Gesetzbuch ebenfalls überarbeitet werden mussten, da sie nun diesem Grundsatz widersprachen. Die Adenauer Regierung ließ den dafür als Übergangsregelung im Artikel 117 gesetzten Termin ein und 30. März 1953 jedoch tatenlos verstreichen. Eine Verletzung des Art 3 GGI für Männer erfolgte am 21. Juli 1956 mit Inkrafttreten des Wehrpflichtgesetzes. Wehrpflichtig waren alle deutschen Männer, die nach dem 1. Juli 1937 geboren waren. 1968 wurde daher die Wehr- und Dienstpflicht nach Art. 12a im Grundgesetz verankert. Der Auftrag von Art. 3a bs. 2gg, die Gleichberechtigung im einfach gesetzlichen Bundesrecht konkret umzusetzen, erfolgte erst mit vier Jahren Verspätung und nicht vollständig. Am 3. Mai 1957 vollzog der Deutsche Bundestag mit dem Beschluss des Gleichberechtigungsgesetzes einen wesentlichen Schritt zur Neuordnung der Gesetze, die im Widerspruch zum Grundgesetz standen und damit zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Zuvor hatte es im Plenum heftige Debatten unter anderem über das Prinzip des Letztentscheids gegeben, dass nach Ansicht der CDU-CSU den Männern in Sachen des gemeinschaftlichen Lebens eingeräumt werden sollte. In dieser Frage unterlagen die Unionsparteien knapp zentrale Punkte des Gesetzes über die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das am 1. Juli 1958 in Kraft trat. Das Letztentscheidungsrecht des Ehemanns in allen Eheangelegenheiten wird ersatzlos gestrichen. Die Versorgungspflicht des Ehemannes für die Familie bleibt bestehen. Die Zugewinngemeinschaft wird der gesetzliche Güterstand. Frauen dürfen ihr in die Ehe eingebrachtes Vermögen selbst verwalten. Bis dahin durften die Frauen über eigenes Einkommen aus der Erwerbstätigkeit aber die Männer über das Vermögen der Frau verfügen. Das Recht des Ehemanns, ein Dienstverhältnis seiner Frau fristlos zu kündigen, wird aufgehoben. Die Frau hat das Recht nach ihrer Heirat ihren Geburtsnamen als Namenszusatz zu führen. Die väterlichen Vorrechte bei der Kindererziehung wurden auf das Privileg eines sogenannten Stichentscheids eingeschränkt, welcher dem Vater bei Streitigkeiten in Erziehungsfragen das ausschlaggebende Wort zusprach. Hiergegen brachte der Deutsche Juristinnenbund eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht auf den Weg. Im Juli 1959 wurde die Passage über den Stichentscheid für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Das Grundrecht Gleichberechtigung ist unmittelbar geltendes Recht. Siehe auch Willkürverbot. Unterliegt nicht der sogenannten Ewigkeitsgarantie, darf also durch Gesetzes- und Verfassungsänderungen geändert werden. Unterliegt im Unterschied zu vielen anderen Grundrechten keinem Gesetzesvorbehalt. Regelt die Beziehungen zwischen Bürgern und Staat, gilt also grundsätzlich nicht zwischen Privatpersonen untereinander. Kann aber Drittwirkung entfalten. Ist ein Individualrecht nicht ein Recht gewisser Gruppen. Das Grundgesetz formuliert die Gleichberechtigungenart. 3 HBS 3GG als Differenzierungsverbot. In Österreich wurde, mitsamt den historisch verbundenen Nachbarländern, die formale Gleichberechtigung der Einwohner mit der Verankerung der Bürgerrechte mit der März-Verfassung 1849 eingeführt. Erweiterungen des Gleichheitsbegriffs erfolgten mit der Abschaffung des Adels 1919 und der Annahme der Deklaration der Menschenrechte 1948. Religionsfreiheit wurde zwischen 1871 und 1919 verwirklicht. Das allgemeine Männerwahlrecht wurde 1907 eingeführt, das Frauenwahlrecht 1918. Die Minderheitsvolksgruppen wurden 1955 anerkannt. Es folgten Minderheitenschulgesetz, Gerichtssprachengesetz und Volksgruppengesetz 1976. 1975 wurde die Ko-Edukation von Buben und Mädchen an öffentlichen Schulen eingeführt. Und es gibt Zivildienst statt Dienst an der Waffe. 1979 wurde mit dem Gleichbehandlungsgesetz jegliche Diskriminierung in der Arbeitswelt unter Strafe gestellt. 1990 unterzeichnete Österreich auch die UN-Kinderrechte-Konvention. Mit dem EU-Beitritt 1992 wurden viele Bürgerrechte auf die Union erweitert. 2005 folgte die Anerkennung der Gebärdensprache als Minderheitensprache. 2006 wurde die vollständige Gleichstellung Behinderter verankert und 2007 die Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. 2008 wurde Barrierefreiheit im Internet für amtliche Webseiten vorgeschrieben. 2010 kamen mit der eingetragenen Partnerschaft auch grundlegende Transgenderrechte hinzu. Heute bestehen historisch gewachsene gesetzliche Ungleichbehandlungen der Geschlechter beispielsweise noch in der Wehrpflicht für Männer oder dem unterschiedlichen Passionsantrittsalter. Faktisch bestehen aber noch immer große Unterschiede, bekannt etwa in der Einkommensschere oder der gläsernen Decke. Minderheiten und soziale Rungruppen sind im Alltag ebenfalls noch weit von völliger Gleichbehandlung entfernt. Regionale Unterschiede ergeben sich dadurch, dass teils EU- und Bundesrecht greift, teils Landesrecht. Allgemein wird eine intensive Gleichstellungspolitik betrieben, die aber nur langsam Erfolge zeigt. Dazu gibt es unabhängige Institutionen wie beispielsweise die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Es herrschen zwei zentrale Paradigmen, das Gleichbehandlungsgebot und das Diskriminierungsverbot. Basis der Maßnahmen zur Gleichstellung ist deshalb die positive Förderung. Das wird in der Frauenförderung etwa dadurch umgesetzt, dass es seit 1991 ein eigenes Frauenministerium gibt und die Kontaktfrauen. Ähnlich Maßnahmen sind beispielsweise die zweisprachigen Minderheitengebiete Österreichs. Dort, wo prinzipiell keine Gleichstellung erreicht werden kann und auch nicht angestrebt wird, finden sich explizite Bevorzugungsmaßnahmen und spezielle Rechtsvertretungen wie der Behindertenanwalt des Bundes, das Kinderrechte-Monitoringboard am Jugendministerium und die Kinder- und Jugendanwaltschaften der Länder. In der Schweiz war die Forderung nach Gleichheit vor dem Gesetz RESP. Rechtsgleichheit bestand Teil des Forderungskataloges der überwiegend erfolgreichen liberalen Revolutionen in den Kantonen um 1830. Es ging primär darum, die Vielzahl von Privilegien der Geburt der teils aristokratischen Herrschaftsschichten zu beseitigen. Bestehen blieb die Diskriminierung der Frauen, deren Beseitigung erst mit der Einführung des Frauenwahl- und Stimmrechts 1971 ihren Anfang nahm.